Herzlich willkommen bei der Firma Dechern, Buchen in Schnörberg, GmbH in Weißmein. Unser unternehmergeführtes Bauunternehmen kann auf über 135 Jahre Erfahrung zurückblicken. Sichtbeton zählt zu unseren Kernkompetenzen. Für die herausragenden Leistungen auf diesem Gebiet wurde die Firma Dechern bereits mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit dem Bayerischen Staatspreis. Von der Idee bis zur Ausführung. Wir decken alle relevanten Bereiche eines modernen Bauunternehmens ab. Mit Erfahrung, Kompetenz und Tradition stellen wir uns den täglichen Aufgaben. Unsere rund 500 Mitarbeiter erwirtschaften eine jährliche Bauleistung von mehr als 100 Millionen Euro und wir wachsen stetig. Die Firma Dechern greift im Interesse ihrer Kunden auf ein eingespieltes Team aus hochqualifizierten Spezialisten zurück. Von der Planung über die Kalkulation bis zur Ausführung. Der Name Dechern steht seit jeher für termingerechte Leistung bei bester Qualität. Durch die Verbindung von Hochtief- und Ingenieurbau ist es möglich, flexibel am Markt zu agieren und unseren Kunden somit Komplettlösungen aus einer Hand anzubieten. Die Firma Dechern sorgt in verschiedenen Aufgabenfeldern für zufriedene Kunden. Vom klassischen Rohbau über die schlüsselfertige Errichtung modernster Gebäude bis hin zum Tiefbau. Für alle Leistungen gilt stets unsere Maxime Bauhandwerk in Bestform. Und so entstehen im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus moderne und wegweisende Projekte, an denen wir maßgeblich mitgewirkt haben und das in etlichen Bereichen. Industrie und Gewerbe, Handel und Dienstleistung, Bildung und Freizeit, Gesundheit und Alter, Infrastruktur und Verkehr, Lebensraum und Eigenheim. Dechern – Bauhandwerk in Bestform Justus Work Wait Kirch Drag Drag